Hi zusammen. Wer meinen Kanal abonniert hat, hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich habe mir ein Samsung Galaxy Tab S7 FE geholt. FE steht hierbei für Fan Edition und es handelt sich dabei um ein Mittelklasse-Tablet für ungefähr 450 bis 500 Euro von Samsung. Das Besondere an dem Tablet ist, ich habe hier schon den Karton, dass es 12,4 Zoll hat, das heißt es ist fast so groß wie eine DIN A4-Seite. Und außerdem ist der S-Pen, mit dem man auf dem Tablet schreiben kann, kostenlos dabei. Ich selbst habe mir jetzt die Wi-Fi-Variante geholt, da ich für die 5G-Variante keinen Differenz in sehe. Man kann ja einen mobilen Hotspot machen. Und mich persönlich interessiert als Tab SX Lite Nutzer, inwieweit es sich davon unterscheidet und ob es sich vielleicht lohnt, noch etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und dann zum größeren Tablet zu greifen. Wenn euch der Vergleich zwischen dem Tab S7 FE und dem Tab SX Lite auch interessiert, dann bleibt dran, denn im Video gibt es dann schon so einen kurzen Hands-On-Vergleich. Später gibt es dann auch noch in einem separaten Video einen großen Vergleich zwischen den beiden Tabletten. So, während ich das Tablet auspacke, erzähle ich euch schon mal was zu den technischen Daten. Im Tablet selbst arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 750G mit 4 GB Arbeitsspeicher. Der sollte für den Alltag, aber auch für anspruchslosere Spiele problemlos reichen. Außerdem ist das Highlight des Tablets das 12,4 Zoll TFT-Display mit 2560 x 1600 Pixeln, was zu einer sehr scharfen Auflösung von 243 Pixel pro Zoll führt. Außerdem hat das Gerät 64 GB internen Speicher, der mit MicroSD-Karte bis zu einem Terabyte erweiterbar ist. Und außerdem hat es einen ziemlich großen Akku mit 1090 mAh. Der ist größer als beim Tab SX Lite und sollte auch dementsprechend länger halten. Was generell was sehr gutes ist, denn das Galaxy Tab SX Lite hat mich schon überzeugt in Hinsicht auf die Akkulaufzeit. So, hier haben wir die Verpackung. Die Verpackung ist erstaunlich dünn, Samsung typisch recht schlicht gehalten. Und dann kommen wir mal zum Unboxing. Man nimmt den Deckel ab und kommt direkt zum Tablet. Das kann man hier an so einer Lasche herausziehen. Das legen wir aber erstmal beiseite. Jetzt kommen wir gleich. Beim Tablet liegt dann Samsungs S-Pen dabei. Es sieht eigentlich genauso aus wie beim Galaxy Tab SX Lite, nur dass der jetzt schwarz ist. Mit beiliegend ist ein schwarzes Netzteil. Das gefällt mir persönlich besser als die weißen Netzteile und das Netzteil hat jetzt in dem Fall 15 Watt. Also es ist quasi ein schnellerer Netzteil bis 15 Watt. Ich glaube, das Tab SX Lite kann noch ein bisschen mehr, aber dazu erzähle ich euch nachher noch ein bisschen mehr. Weiter mit dabei ist dann noch ein SIM-E-Check-Tool und es müsste eigentlich auch noch ein Kabel dabei sein. Ja, hier haben wir auch noch ein Lade- und Datenkabel dabei. Das ist USB Typ A auf USB Typ C, brauchen wir natürlich um das Gerät aufzuladen. Das Tablet selber ist erstaunlich leicht für die Größenordnung. Es ist auch ziemlich groß, aber ich denke, es fühlt sich vor allem sehr wertig an als auf den ersten Blick. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich das Tablet aus dieser Hülle rausbekomme. Hier sehen wir auch schon den Hinweis, dass man das Tablet magnetisch an der Rückseite des Tablets befestigen kann. So, und hier ist das gute Stück auch schon. Ich habe es hier in der schwarzen Variante bestellt, weil es auf Amazon mit Abstand die günstigste Variante war. Jetzt sehen wir auch das große 12,4 Zoll Display, dass es auch schon im ausgeschaltenen Zustand extrem groß ausschaut. Wir sehen hier ein kleines Loch für die Frontkamera. An der Rückseite haben wir ein relativ breites Kameramodul. Ich bin mal gespannt, wie weit sich das zum Galaxy Tab SX Lite unterscheidet. Ja, und wenn ich jetzt dem Bild folgen kann, müsste der S-Pen hier irgendwo haften. Ja, man sieht es jetzt auch hier. Er haftet von selbst. Er ist ziemlich fest, muss ich sagen. Also ich denke nicht, dass das ein Problem ist, dass der irgendwie verloren gehen könnte. Auch wenn ich ihn natürlich trotzdem in meiner Hülle immer mittragen werde und nicht außen dran. Aber coole Sache. Wollen wir es noch nebenbei. Der Stift ist komplett ohne Batterie und muss nicht aufgeladen werden. Bevor wir das Gerät anschalten, möchte ich euch kurz noch die Seiten zeigen. An der rechten Seite finden wir einen der beiden Stereo-Lautsprecher. Wir finden einen USB-C Anschluss, der USB 3.2 der ersten Generation unterstützt. Ob er auch mit meinem Monitor verbunden werden kann, werde ich im Tester herausfinden. Das ist interessant, da man das Tablet im Samsung DeX-Modus betreiben kann. Auf der linken Seite finden wir einfach nur einen weiteren Stereo-Lautsprecher und ich glaube ein Mikrofon. Auf der Oberseite des Tablets haben wir einen Einschub für eine Micro-SD-Karte, weiteres Mikrofon, lauter Leiserwippe und einen Power-Schalter. Und an der Unterseite finden wir den Anschluss, wo man das Tastaturcover von Samsung anschließen kann. Das ist ähnlich wie bei Apple, wo man quasi die Tastatur separat mitführen kann und dann magnetisch am Tablet anhelfen kann, um eben auf dem Tablet zu schreiben. Da würde ich sagen, wir schalten das Gerät jetzt einfach mal an. So, jetzt lassen wir das Gerät erstmal booten. Und währenddessen erzähle ich euch noch was zu weiteren Besonderheiten, die das Tablet hat. Das Galaxy Tab S7 FE unterstützt nämlich unter anderem den neuesten WLAN AX-Standard oder auch WLAN 6, außerdem wie gesagt USB 3.2, ob der ein Monitor kann, das werde ich herausfinden. Er unterstützt den Desktop-Modus von Samsung DeX und Bluetooth 5.2, was aktuell der neueste Bluetooth-Standard ist. Eine sehr coole Geschichte, die es gibt, wenn man von Samsung von einem Gerät zum anderen wechselt, ist schon mal, dass man ganz einfach mit Smart Switch über Kabel, in dem Fall jetzt ein USB-C auf C, die Daten vom alten Tablet aufs neue Tablet übertragen kann. Dementsprechend werde ich jetzt alle Daten von meinem Galaxy Tab S6 Lite aufs Galaxy Tab S7 FE übertragen. Ich werde das im Alltag nutzen, damit ich euch dann in Zukunft einfach von meiner Erfahrung aus dem Alltag berichten kann. So, ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten hat es gedauert. Dann waren alle Dateien von meinem Tab S6 Lite links auf das Tab S7 FE übertragen. Generell ist es natürlich so offensichtlich, dass die Größen definitiv deutlich unterschiedlich sind. Wir haben jetzt hier nochmal 10,4 Zoll auf der rechten Seite, 12,4 Zoll auf der linken Seite und das ist ein sehr großer Unterschied. Auf den ersten Blick hätte ich nicht gesagt, dass das linke Display schärfer ist, obwohl es eine höhere Pixeldichte aufweist. Mir selbst ist es jetzt nicht besonders aufgefallen. Ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen in den Menüs rumgescrollt, war auch mal auf YouTube. Auffällig ist allerdings, dass man hier WQHD-Videos oder beziehungsweise 1440p-Videos abspielen kann. Das kann das Tab S6 Lite nicht. Was mir jedoch an den Displays aufgefallen ist, ist, dass das Tab S7 FE einen deutlich stärkeren Kontrast hat als das Tab S6 Lite. Tab S6 Lite. Auch wenn man in YouTube-Videos ist oder sonst wo, habe ich das Gefühl, dass da die dunklen Töne deutlich stärker rüberkommen. Allerdings, und vielleicht kann man das im Video schon sehen, aber das Samsung Galaxy Tab S7 FE hat einen Grünstrich gegenüber dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Da sind die Farben nach meiner Gewohnheit her korrekter dargestellt. Also auch schwarz und grau ist auch wirklich schwarz und grau, wohingegen ich das Gefühl habe. Beim Tab S6 Lite ist es momentan eher weniger der Fall. Ich habe jetzt allerdings auch schon mal mein Handy so für mich dazwischen gelegt und geschaut. Und tatsächlich kann man sagen, mein Samsung Galaxy S10e mit OLED-Panel ist irgendwo zwischen dem Tab S7 FE und dem Tab S6 Lite, was die Farbechtheit angeht. Und dementsprechend bin ich mir gar nicht so sicher, inwieweit das jetzt wirklich schlecht oder gut ist. Ich denke, ich werde es danach entscheiden, wie gut ich es finde, wenn ich es ein bisschen länger in Benutzung habe. Was definitiv cool ist, ist, dass das Display einfach riesig ist. Auch direkt im Vergleich ist es nicht so viel schwerer. Also das Tab S6 Lite ist natürlich ein sehr leichtes Gerät, wiegt um die 450 Gramm. Das Tab S7 FE hat ja 610 Gramm. Hier kommt auch schon die erste Mail rein. Und ich muss sagen, es fasst sich aber sehr gut an. Es hat auch ein komplettes Aluminiumgehäuse. Und ich bin sehr gespannt, wie mir jetzt in den nächsten Wochen das Tab S7 FE gefallen wird. Bei den günstigen Geräten packt Samsung eine Menge Bloatware im Vorhinein drauf. Netflix war auch noch drauf, aber beim ersten Mal antippen war es danach weg, weil ich kein Update gezogen habe. Aber man sieht hier schon jetzt an der Zahl sind das 14 Apps, die ich allesamt nicht brauche, nicht nutze, aber trotzdem da waren. Die muss ich jetzt eben noch nach und nach deinstallieren. Das war's auch schon mit dem Unboxing. Wenn dich etwas Spezielles am Tab S7 FE interessiert, dann schreib mir gerne unten einen Kommentar. Dann nehme ich es eventuell mit in mein Review oder in meinen Vergleich zum Galaxy Tab S6 Lite. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, ein Like und ein Abo da zu lassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.